So, locker sich bewegen, wie du es von vielen meiner Videos kennst, locker die Fersen heben, senken, die Knie beugen, strecken, die Arme locker mit dazu bewegen, dann entschwingen der Arme, den Oberkörper locker, die Füße locker. Gehen, nachdem wir einmal nochmal praktisch geübt haben, wie man im Lut steht, mit ein paar kurzen Übungen, nochmal in so ein paar Übungen seitlich zur Seite schaukeln, die einfach helfen, um in die bessere Position, in die bessere Haltung zu kommen. Gehen, am Anfang machen wir uns erstmal nochmal so ein bisschen warm, mobilisieren erstmal nochmal so ein bisschen unseren Körper, nehmen den Oberkörper von Seite zu Seite dann auch nochmal so ein bisschen ins Neigen, Erst auf der einen Seite schön federn, dass wir uns auch schön langziehen, die Faszien schön langziehen, die gesamte Seite schön langziehen, natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. Und die Füße habe ich auch bei mir gerade nochmal korrigiert, die sollten natürlich nicht ganz und gar eng zusammenstehen, sondern hüftbreit mindestens, oder du kannst sie auch schulterbreit stellen, aber hüftbreit, also dass sie direkt unter den Hüften sind, ist am besten. Zieh die Ellbungen dann schön weit nach hinten auf Schulterhöhe, das ruhig mit leichten Federn, dass der Brustmuskel einmal gedehnt wird. Und dann versuch langsam mit den Armen rauf und tief zu gehen, ein Bein rauf und tief zu nehmen. Dann für eine Haltung im Lot brauchen wir manche Muskeln gedehnt, weil sie verkürzt sind oder zur Verkürzung neigen, andere Muskeln wieder gekräftigt, weil sie zur Abschwächung neigen oder eben abgeschwächt sind. Und immer wichtig für eine gute Haltung ist natürlich die Tiefenmuskulatur, darum auch so kleine Gleichgewichtsübungen. Und wenn du jetzt merkst, dass du so sicher wie ich jetzt auch gerade stehst und da gar nicht so ins Trudeln kommst, dann leg dir da ruhig ein Balance Pad oder etwas anderes, eine instabile Unterlage drunter, dass du einfach auch so ein bisschen ins Wackeln gerätst. Ich wollte jetzt sehr kontrolliert dir die Übungen einfach alle einmal zeigen und werde deshalb die Wackelunterlage nur ansagen, sie selbst nicht nutzen. Auch auf der anderen Seite einfach nochmal rauf und tief. Kontrolliere dich natürlich gerade, wenn du jetzt für deine Haltung trainierst, immer schön von der Haltung, dass du das Brustbein hebst, die Schultern schön tief hast, auch wenn die Arme nach oben gehen, die Schultern tief bleiben. Dass du den Kopf in der richtigen Position hast, auch mir passiert das immer wieder, dass ich doch zu oft zum Boden schaue, man soll geradeaus versuchen, sich einen Punkt am Horizont zu suchen. Nimm dann den Stand auf ein Bein und geh zur Seite und ran mit dem Bein und nimm die Arme dabei mit den Unterarmen vor und zurück, lass die Oberarme dicht an deinem Körper. Damit wird nicht nur die Balance so ein bisschen trainiert, wenn du magst, auch wieder auf dem Balance Kissen, sondern auch gleichzeitig hinten die Schulterblätter schön zusammenziehen, so ein bisschen Kräftigung für den Bereich. Vorne die Brustmuskulatur so ein bisschen gedehnt, also einige Dinge, die du für die aufrechte Haltung brauchst. Und dann wechseln natürlich hier auch nochmal zur anderen Seite rüber, das Bein zur Seite und ran, versuch zwischendurch gar nicht aufzusetzen und versuch die Oberarme dicht am Körper zu lassen, die Unterarme so weit es geht, vor und zurück zu nehmen, die Arme ungefähr einen 90 Grad Winkel haben und die Handflächen Richtung Decke. Die Daumen gehen schön weit zurück, die Zulterblätter ziehen hinten schön zusammen, das Brustbein lässt du gehoben, den Bauch lässt du schön fest, den Blick möglichst geradeaus, auf jeden Fall deinen Kopf so, dass er im Blut sitzt. Kontrollier dich da, lass ein Bein dann stehen und geh in der Hüfte einmal ins Kreisen, versuch die Hüfte zu kreisen, gerade wichtig auch fürs aufrechte Stehen ist eine geöffnete Hüfte, dass die schön beweglich, schön locker bleibt. Und viel Veränderung im Hüftbereich sorgt dann natürlich auch gleich für eine schlechte Veränderung in der Haltung, deshalb ist auch die Hüfte da besonders wichtig. Und auch auf der anderen Seite nochmal schön ins Kreisen, im Hüftgelenk gehen, versucht den Oberkörper still zu halten. Bei dieser Übung könnte man sich jetzt auch festhalten, das muss man nicht unbedingt als Wackelübung ausüben, es geht ja jetzt gar nicht um die Tiefenmuskulatur, sondern wirklich um die Hüfte. Und dann lässt du den einen Fuß stehen und gehst mit dem Oberkörper vor dem Bein zurück, du stehst in der Standwaage, nimmst einen Arm vor, einen zurück, versuchst so gut, dass dir möglich ist, in der Standwaage zu stehen, ein Bein zurück, den Oberkörper vor, das Standbein, Knie ganz leicht gebeugt und lässt federnd einen Arm vor, einen Arm zurückgehen, zurückgehen, Rücken bleibt schön aufrecht, hänge nicht durch im Schulterbereich, Kopf als Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann auch nochmal zur anderen Seite, ich bleibe auf der Seite, nimm nur einfach das andere Bein, um da nicht durcheinander zu kommen. Und die Arme Butterfly tief und rauf nehmen, unten dann die Unterarme schließen, nach oben hin die Daumen rauf zeigen lassen und die Schulterblätter nach hinten schön zusammenziehen, Bein bleibt gehoben, Oberkörper nach vorn ausgerichtet, in der Standwaage stehen, so gut es dir möglich ist, dein Standbein, Knie hast du leicht gebeugt. Und dann stoppen wir langsam, stellen die Füße schulterbreit und gehen einmal tief und rauf. Das wäre das rückengerechte, gesunde Bücken, dass du praktisch dein Gesäß nach hinten schiebst, Knie beugst und wenn du rauf gehst, streckst und den Rücken gerade tief und rauf nimmst, die Füße schön fest aufgestellt und versuchst gerade, wenn du zum Beispiel dich nicht nur einfach bückst, um was aufzuheben, sondern vor allen Dingen natürlich, wenn du schwere Lasten heben musst, dass du dies einmal dicht am Körper tust und dass du wirklich Bein- und Gesäßmuskulatur hauptsächlich nutzt und den Rücken schön gerade lässt und den Kopf in Verlängerung. Gerade Rücken heißt einfach, dass die Wirbelsäule so übereinander bleibt, man kann den Körper nach vorn ja beugen, aber die Wirbelsäule bleibt übereinander, kein Rundrücken, damit einfach in den Bandscheiben viel Platz ist und so kein extremer Stoß, kein Druck zu extrem auf die Bandscheiben geschieht. Und das, wenn du dich bücken möchtest oder wenn du schwere Dinge, vor allen Dingen, wenn du schwere Dinge aufhebst, dann bleib einmal unten und komm einmal in die Bauchlage auf die Matte. Lass die Beine lang liegen, du siehst, kannst du ein bisschen anspannen, Bauchnabel ziehst du auf jeden Fall hin zur Wirbelsäule, dass du im unteren Rücken nicht so durchhängst und nimmst dann deine Arme in U-Form mit den Daumen zur Decke ausgerichtet, gehst ins Heben und Senken, ziehst die Schulterblätter oben schön zusammen. Den Kopf, wenn es möglich ist, nicht auf die Seite legen, sondern auf der Stirn ablegen. Man kann sich dann was unter die Stirn legen, dann liegt auch die Nase frei und der Mund frei. Und nach oben immer schön die Arme zusammenziehen. Wenn du es intensiver mischtest, leg sie zwischendurch nicht ganz ab oder nimm dir kleine Gewichte. Und dann schieb die Arme einmal vor. und zurück, strecken, beugen, strecken, beugen, alles andere bleibt weiter noch so liegen wie in der Vorübung. Und dann lassen sie das noch betr口ig, alsoirdi man die requested und schieb die G skinny. Also fazem es mit der Taalung voll gut ab oder nimm dir flichenden işte undити어요. UTE Dann die Unterarme etwas zur Seite abgespreizt und schieb deinen Brustkorbbereich rauf, die Schultern schön nach hinten unten ziehen, das Brustbein heben und senken, lass die Arme aber so ein bisschen zur Seite abgespreizt liegen. Die Oberarme dicht am Körper, die Unterarme aber etwas abgespreizt und geh rauf und tief, versuch dich wirklich schön weit rauf zu ziehen, die Schulterblätter, die Schultern schön nach hinten ziehen, Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule, Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Nicht zu weit den Kopf nach hinten nehmen und schau, dass viel Bewegung im Brustbein, Brustwirbelbereich wirklich entsteht. Gerade Brustwirbelsäule braucht ja auch viel Beweglichkeit. Und dann nimm die Arme seitlich nochmal mit den Daumen Richtung Decke und nimm die langen Arme rauf und tief, sprich die Schulterblätter wieder schön zusammenziehen. Sehr schön den Rauten-Romboidsmuskel, unter anderem der wichtig ist, zusammen mit der richtigen Länge des Brustmuskels, dass wir wirklich schön aufrecht bleiben und nicht nach vorn fallen. Im oberen Rückenbereich. Nimm die Arme dann seitlich neben den Körper, Handflächen Richtung Decke und geh langsam mit dem Oberkörper rauf und zieh dabei auch deine Schulterblätter wieder schön zusammen. Die Schultern wieder dicht zusammenziehen, die Schulterblätter, die Arme, die Handgelenke drehen dann mit. Gehe auch da ganz bewusst in die Bewegung und versuche auch nach oben wirklich schön aufzudrehen und nach unten. Und versuche richtig schön abzulegen, um einfach auch nochmal wahrzunehmen, wie es sich einmal anfühlt zwischen dem Heben, obere Rückenbereich und wenn du den oberen Rückenbereich dann so ein bisschen rund machst. Das fühlt sich oft natürlich deutlich angenehmer an als dieses Heben, diese andere Richtung, ist aber auch dem geschuldet, dass wir es im Alltag einfach eher gewohnt sind, weil wir eben doch eher uns sehr rund machen, gerade im oberen Rückenbereich, bei der Computerarbeit oder anderen Arbeiten, manchmal aber auch beim Laufen und so. Wenn wir aber die Haltung öfter trainieren und öfter darauf achten, dann wird uns auch das nicht mehr so schwerfallen und gesünder für unsere Gelenke, für unseren Rücken, für unseren ganzen Körper ist auf jeden Fall diese Haltung im Lot, dass man wirklich beim Sitzen und beim Stehen darauf achtet. Das heißt, wie ich es auch schon öfter erklärt habe, nicht, dass man immer vollkommen korrekt sitzen oder stehen muss, im Gegenteil, das geht ja um die Dynamik, also nicht lange in einer Position verharren. Oben dann auch nochmal bleiben, apropos verharren, verharren kurz oben und nehmen die Arme zueinander, dass man die Schulterblätter nochmal zueinander zieht mit so kleinen Bewegungen. Und das Brustbein versuchen, das Brustbein, das Brustbein versuchen, so ein bisschen gehoben zu halten und dann stoppen und sich abstützen. Und dann zurück nach hinten auf die Fersen und gerade für alle, die so ein bisschen unteren Rückenprobleme haben oder zum Hohlkreuz neigen, ist dieses Bund machen nach hinten sicherlich sehr angenehm nach dem Liegen auf dem Bauch. Kommen dann gleich zurück, bleiben erstmal auf den Fersen noch sitzen, kommen zurück mit den Armen und versuchen auf den Fersen sitzen, händeweit zurück. Versuchen nochmal schön zu dehnen, wenn du es schaffst von der Beweglichkeit, dann versuch vielleicht auch auf die Unterarme dich zu stützen. Becken bleibt auf den Fersen, nochmal schön die vorderen Oberschenkel dehnen und dann schieb dich nochmal nach vorn raus. Das Gesäß hängt über den Knien und du versuchst, die Arme lang zu strecken, versuchst dein Brustbein möglichst abzulegen, den Kopf zur Seite, sonst kann man das Brustbein gar nicht ablegen, sonst ist der Kopf so ein bisschen im Weg. Ziel ist es, irgendwann das Brustbein vielleicht sogar auf die Matte ablegen zu können. Und dann kommen wir ins Sitzen, gerade wenn wir auf dem Boden, auf der Matte sitzen und üben sich auch immer viele, die mit der Hüfte zu weit zurück sind, wo die Knie hier gehoben sind und der Rücken nicht aufrecht. Versuch dich da raus zu holen, versuch wirklich das Becken nach vorn zu schieben, die Sitzhöckerchen zur Not so ein bisschen frei machen, dass du direkt drauf sitzt, die Knie möglichst lang gestreckt, Zehen anziehen, Fersen wegschieben, lass den Rücken aufrecht, wenn du von Seite zu Seite gehst. Gar nicht den Kopf abknicken und gar nicht den Rücken rund machen, sondern ihn lang lassen, auf den Sitzhöckerchen schön sitzen, das solltest du übrigens auch, wenn du auf dem Stuhl oder auf der Couch sitzt oder wo auch immer, immer auf den Sitzhöckerchen sitzen, sonst ist es logisch, dass es Rückenprobleme und natürlich auch andere Schwierigkeiten gibt, wenn du nicht auf den Sitzhöckerchen sitzt. Na, die haben ihren Namen ja irgendwo her und dann nimm ein Bein ran, das andere lass möglichst lang, bleib weiterhin auf deinen Sitzhöckerchen und versuch nach vorn langsam vorsichtig dich zu dehnen. Du landest erstmal da, wo du landest und versuchst immer schön vorsichtig dann noch etwas weiter in die Dehnung zu gehen. Du kannst das Bein, auch wenn du es schaffst, nochmal nach hinten nehmen und da dann nochmal versuchen, dich nach vorn zu bewegen. Mit dem Brustbein, mit dem Kopf Richtung langen Bein zu gehen und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Na, einmal das Bein rannehmen und dich nach vorn versuchen zu bewegen. Das ist jetzt auch für die Hüftbeweglichkeit nochmal und da zeigt sich dann auch unterer Rückenhüfte, was da an Bewegung möglich ist. Nimm das Bein auch nochmal zurück und versuch den Oberkörper nochmal nach vorn zu nehmen. Beide Beine nochmal strecken und versuch nochmal nach vorn zu kommen. Wenn du auf den Sitzbeinen sitzt, nicht weit nach hinten, müsstest du nach und nach vielleicht sogar auf den Oberkörper dich ablegen, auf den Oberkörper, Entschuldigung, auf den Oberschenkeln liegen können. Komm dann zurück und dann gibt es ja verschiedenste Hilfsmittelchen. Wenn du zum Beispiel eher der Hohlkreuz-Typ bist, dann solltest du ja bei vielen Übungen durchaus so ein Lordose-Kissen unter deinen unteren Rückenbereich legen. Wenn du Probleme mit dem unteren Rücken hast, hilft auch, wenn du die Beine dann nie ganz lang streckst, sondern dir so ein Kissen zum Beispiel auch in den Kniebereich legst. Und im Brustwirbelbereich hilft es auch, Kissen drunter zu legen, um da in die Gegenrichtung der Kyphose zu gehen. Es gibt auch immer Unterstützung für den Nackenbereich, da gibt es verschiedenste, da kann man für sich dann ausprobieren, welche Größe man braucht, dass der Kopf dann auch wirklich liegt und diese Lordose, die man ja im Nackenbereich hat, dass die auch da ist. Du solltest aber schauen, dass du nicht zu sehr rüber gehst, wenn du eher zur Verkürzung im Nacken neigst, dann schieb dir das Kissen so hoch, dass dein Kinn Richtung kräft. Das Brustbein geht, das gleiche auch mit dem Handtuch, darum habe ich auch meistens ein Handtuch wirklich unter. Und zwar geht es nicht darum, dass das Kinn weggeht vom Brustbein, der Nacken wird dann kurz, wenn das Kinn weggeht, sondern das Kinn immer leicht zum Brustbein ranziehen. Es muss nicht ganz dran sein, aber leicht ran, so ein leichtes kleines Doppelkinn und dann ist der Nacken einfach länger. Und da er im Alltag zur Verkürzung neigt, ruhig beim Sport versuchen länger reinzubringen. Dann halten wir gleich den Kopf fest, dass der Nacken nicht arbeitet und gehen für die Bauchmuskulatur mit dem Schulterbereich rauf und tief. Eine Übung, bei der viele durchaus Nackenprobleme haben, das liegt dann aber meistens daran, dass sie doch den Nacken bewegen und nicht den Bauch arbeiten lassen. Der Kopf und Nacken gehen halt mit, weil sie nun mal auf dem Rumpf drauf sitzen und bewegt wird der Brustwirbelbereich, der geht rauf, die Schultern dadurch natürlich auch, die gehen ja auch nur mit. Der Bauch zieht sich zusammen und lässt wieder los. Beim Zusammenziehen geht der Brustwirbelbereich rauf und beim Loslassen legt sich der Brustwirbelbereich wieder ab. Versucht da wirklich den Fokus auf den Bauch zu legen oder nimm dir zum Beispiel eine Poolnudel oder den Yoga-Ring oder die Matte als Unterstützung. Wenn nur allein die Hände nicht reichen lässt, lass das zwischendurch vielleicht kontrollieren, falls du selbst nicht merkst, ob du den Nacken locker entspannt lässt oder ob du ihn vielleicht doch einzeln mitbewegst. Nimm die Beine dann rauf, geh trotzdem nochmal erstmal für den geraden Bauchmuskel rauf und tief. Eine Bauchmuskulatur ist sehr wichtig, um uns zu stabilisieren. Sowohl fürs Becken als auch für den Rücken, für die Stabilität dort. Gleichzeitig natürlich auch wichtig für die inneren Organe. Und wenn du die Beine rauf hast, ist es ein bisschen intensiver. Und gleichzeitig aber auch gerade für Leute, die leicht ins Hohlkreuz fallen, durchaus kann es angenehmer sein. Gehe dann diagonal im Wechsel von Seite zu Seite. Nimm eine Hand, wenn du möchtest, mit in die Bewegungsrichtung. Vielen fällt es dann einfach auch leichter, wirklich in diese Richtung zu gehen. Die Hand sollte dann immer so ein bisschen diagonal neben deinen Beinen landen. Die Schulter diagonal rauf und tief, die andere Schulter bleibt liegen. Du kannst aber auch beide Hände hinterm Kopf lassen, falls dein Nacken etwas mehr Unterstützung braucht. Lass beide Hände dann nochmal hinter den Kopf und zieh nochmal diagonal Elbung und Knie zurück. Zueinander, das andere Bein kannst du dann strecken. Drehung nochmal im Brustwirbelbereich und gleichzeitig bewegen sich die Beine. Dadurch wird der gerade Bauchmuskel, der schräge Bauchmuskel und auch ein bisschen der untere Bereich vom geraden Bauchmuskel noch ein bisschen mehr mitgearbeitet. Lass dann den Schulterkopfbereich liegen. Nimm deine Beine ins Kreisen und versuch dabei vielleicht auch so ein bisschen das Becken zu heben. So ganz klein, versuch das Becken auch zu heben. Umso mehr wird der untere Bereich deiner geraden Bauchmuskelatur gearbeitet. Da gerade der untere Bereich der Bauchmuskelatur natürlich den unteren Rücken stützt, obere Bereich eher den oberen Rücken so ein bisschen stützt. Jetzt ist gerade das auch nochmal sehr entscheidend. Stell dann einen Fuß auf, nimm das andere Bein einmal dicht zum Körper ran. Ein Bein lang auf der Matte, dass die Hüfte lang bleibt. Ein Bein dicht zum Körper ran ziehen. Schultern versuch schön liegen zu lassen. Strecke dann das gebeugte Bein lang Richtung Decke. Versuch wirklich das Knie gestreckt zu haben, nicht gebeugt. Versuch die Zehen anzuziehen, die Fersen wegzuschieben. Wenn du nicht an deinen Fuß rankommst, halt einfach den Unterschenkel- oder Oberschenkelbereich oder nutz ein Handtuch. Nimm dann das Knie nach außen vom Körper weg. Den Fuß Richtung Oberkörperkopf hin ins Ziehen, dass du nochmal seitlich sehspiriformes Bereich dehnst. Und nimm dann das gebeugte Bein ganz und gar über das lange Bein. Schau, dass deine Gegenschulter liegen bleibt. Kopf kannst du auch etwas in die Gegenrichtung drehen. Gerade auch die Dehnungen für die Muskulatur, die zur Verkürzung neigt, sehr wichtig für deine Haltung. Komm dann zur Mitte zurück und wechsle natürlich auch einmal zum anderen Bein. Ziehe es mit Hilfe deiner Hände schön dicht zum Körper ran und versuch gleichzeitig aber auch das andere Bein lang auf der Matte zu lassen, dass da die Hüfte auch nicht verkürzt auf dieser Seite. Strecke das gebeugte Bein dann lang Richtung Decke. Versuch die Zehen anzuziehen. Versuch die Fersen wegzuschieben, das Knie wirklich gestreckt zu lassen, das andere Bein auf der Matte zu lassen. Immer ruhig atmen. Dann ziehe das Knie weg von dir, schiebe es weg von dir nach außen. Und den Fuß zum Körper ran, Richtung Kopf ran. Und dann nimm das Knie ganz und gar, das Bein ganz und gar über dein anderes lang gestrecktes Bein. Lass die Schultern beide legen. Komm dann auch hier langsam zurück zur Mitte. Strecke deine Beine lang, strecke deine Arme lang. Streck dich nochmal so lang wie möglich. Zieh die Beine nochmal schön raus, schaff nochmal Platz in der Wirbelsäule. Zieh auch die nochmal schön raus. Lang. Nimm dann auch nochmal den Nacken schön lang abgelegt, das Kinn etwas Richtung Brustbein. Bei den meisten ist der Nacken doch eher verkürzt. Und versuch den Kopf dann auch nochmal von Seite zur Seite gehen zu lassen. Lass deine Arme locker liegen mit den Handflächen Richtung Decke, dass auch die Schultern wirklich schön locker liegen. Und dann zieh die Beine dicht zum Körper ran. Schaukel, wenn es dir angenehm ist, so ein bisschen von Seite zur Seite. Das war's. Vielen Dank.